die fühlen sich mehr wie die community auch schon sagt ich finde das ist so boring alter ich finde dass wir endlich wieder so ein drin haben das ding ist kummer in der in der fucking dings version in der playlist version ist ja okay als ich die story mission gespielt habe habe ich den einen golden gun schuss und ein stillhandschuss verpasst wer war tot hier können wir quasi ich muss gerade wegen der pizza einmal nebenbei schauen dass sie zumindest nicht verbrennt ich schicke dir ein stück rüber alex danke ich erst das in gedanken niemand hat was zu dem party namen gesagt scherz für gm wieso ist doch richtig cool und kreativ der einfach ist schon ein bisschen nicht ein horny sondern zwei horny ist hier eigentlich auch void weil ich bin ja ich dachte mir auch das graviton gegebenenfalls auch richtig geil sein kann aber die add density ist nicht zwangsläufig hoch genug so ich komme es auch die auch auch ich bin nicht transzendent ich sprach von ich sprach von transzendent mein sprach von worten apropos ich dachte eigentlich weil bungee ist auch sagte dass sich das pale hat verändert sukzessive neue gebiete auch nein die haben gesagt dass es die erste lineare location ist die sagten auch das ph reagiert auf uns ja das ist marketing talk ja hier oben rechts ist doch einer also ja da auch aber lass mal kurz den ich glaube der ist etwas gefährlicher oder ich will den aber doch geschießt einmal ja dann macht den bösen tut aber kurz glaubt der ist ja auch fast wo den hatte ich schon ja einfach zwei rocket rocket shots dann ist er weg wahrscheinlich nicht junge alter outbreak einfach weggeschreddert ja oh mein gott lass mich durch please ist das etwa der raid titel oh mein gott was war die challenge also jeder mit gliff keeper fast so was ich war gar nicht dabei ok warum spiel ich mit ihr garten observation ja auch für sich bro nur weil du wohnst du brauchst einfach nur luck manchmal einfach brauchst du einfach nur luck aber nur weil du box 600 mal läuft heißt es nicht dass du gut bist ja das heißt einfach nur dass so ein easy raid die ganze zeit farms weißt du noch wie der hieß wort of glass hieß der raid ja ich glaube den kenne ich sogar das ist ein rapper ja ja ok klassischer alex ja du vergisst dass ich einen over shield kriege hammer alex hat einen over shield beruhigt euch er kann den restlichen gm carry er hat einen over shield ja ich hab Und ich lauf rückwärts in den Sprenger rein. Da sind noch ein paar mehr Sprenger bei mir. Ich auf jeden Fall nicht. Blutgeleckt. Wenn das gut ist, dann kann ich ja mal die Pizza aus dem Ofen nehmen. Ja, nice. Die wird jetzt auch mal gezündet. Ja, ich muss hier nur kurz ein bisschen die Hexie-Bexies wegmachen. Ja. 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 Ja, da oben ist ein Barrier. Ja, du bist gut. Nee, nee. Ich wurde von dem anderen Barrier gekillt, der da rechts war. Den haben wir, jetzt nur noch den halb rechts. Von dem einen Barrier in den anderen Barrier gelaufen. Den kann ich easy. Ja. Ja. Ach, man. Ist das Lusaku? Lusaku? nur wie sardu nice ich warte mal hier oben na ja es war eine scheiß motto alda bro die motto ist auf dich geflogen und hat mich mitgenommen moden op sollten noch mal mehr gebufft werden finde ich film bevor ihn finischen kann richtig macht ihr einfach einer runner ich wollte gerade sagen ich habe alles am gehe raus dachte ich mir auch gerade wer das relativ gnadenlos hatte ich in den videos gesehen holen wieder ich habe das ja machen mache ich bin auch schon links so anstatt in der mitte campione ist dort hier noch ein bisschen muni erzeugt man tjonge ich habe so viel heavy dank dir alter das ist wieder so dumm kaum spieler mit max hat man mehr heavy als fucking primary ammo kreis kreis kann sie haben und willkommen heißen und stopp okay ich liebe prismatic titan für alles was nicht boss mäßig ist das prismatic titan insane wieso sagst du nicht dass sie die spawnen woher soll ich das wissen ich liebe nalige oh ja es ist schon okay up then excusez-moi Ha ha! Ah. Don't worry. Nein, nein. Ist es cleverer, dass wir zusammen irgendwo chillen? Da hin. Ja. Okay. Ja. Okay, dann. Ja, okay. Das ist er jetzt. Der läuft auch gerade in deine Richtung. Oh fuck. Ist es suspended? Spawned the ads infinite? Okay. Ja. Ja. Ja, das habe ich nämlich auch gemerkt. Die fliegenden. Die fliegenden. Ich gehe mal gerade auf die fliegenden. Oh, Junge. Oh, ich muss abhauen. Ich versuche die Sniper. Ja, ja. Ich komme. Ich versuche mal die Grimms weg zu machen, damit wir uns nicht abfragen. Sniper dude. Oh, das ist tanken Grütze. Wo seid ihr? Da hinten? Da, wo unsere Namen stehen. Ja, ich komme. Ja, ich komme. Ich komme. Okay, ich bin da. Oh mein Gott. Oben kommt wieder ein Centurio runter. Oder, ne, hä? Jetzt. Lava Reist. Können wir hier bleiben noch? Ja, ne? Centurio bei mir hier rechts. Ja, Centurio Don. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich hab dich geheht. Schnell die in der Luft. Die Grimms. Die Bullshit machen. Und die sollte nämlich kein Problem sein. Okay, wo will der hin? Komm, zeig dich. Ich hab den Dings gehört. Ja, der ist hier vorne. Ja. Ich kann mich grad sagen. Der läuft hinten rum. Oh mein Gott. Ich hänge fast. Der ist grad immun. Jetzt ist er verscheuert. Kurz money hier noch sammeln, die ich erzeugt. Ich glaub, ich hab gar keine leere. Das gewünscht. Junge. Ja, da spawnt der Typ ja nochmal, ne? Das Subjubidu. Ja, ja. Ah, hier ist noch. Nicht die Hexe? Heavy. Ah, okay. Ich benutze auch viel zu wenig meine Super, aber ich bin halt respektiv gerade damit. Ja. Ja, die sollten fokussiert werden. Den Ogre können wir von hier reachen. Ja, ich glaub die hat sogar Infinite Range, wenn ich mich nicht irre. Oder halt Render. Render Range. Also, ne? Bis die... Bis das Projektil halt wegrendert. Boah, ich liebe diesen Sound, alter. Ah, okay. Okay. Gibt... Gibt das... Gibt das denn, dass du das alleine wieder machst, oder müssen wir nur zwei rein? Ja, ich... Mach du das. Ja. Okay. Ja. 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 Ja, hier ist einer. Ja. Ja... Ja. Ja. Ja, ich habe ihn hier. Ich bin ein, da. Ja. Ja, da. Ja. Ja, ja. Ja, ja. ich bin außerdem irgendwie in die lava reingekommen naja man muss ihn nur halt clever genug juggeln wenn wir dann die ads weg haben das wird hat einmal chaotisch so wie es gesehen hat in der letzten phase dann halt gm tactics panik in der disco jetzt haben wir ihn gerade aber auf einmal stand ist in der lava nein anscheinend doch aber sie war eigentlich nie anscheinend aber die war eigentlich nicht hinter mir da kommt die andere heavy ein bisschen damit die schilder poppen da 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 Spawn dann adds sobald du es rein dunnst Okay, dann bereit machen Alex, ich chill hier zwar gerade auch sehr offensiv Passen wir mal auf Es kommen nur Shadow Threads Sieht wohl so aus Ich erzeug da mal ein bisschen Heavy hier Ich brauch Transcendence Energy actually Passt noch 10 Tries Ich hab volle ammo Mach ich aber gerade, ist ja nicht verkehrt Da siehst du wieder ein Paket Ruhig mal Oh Sehr gut Und die letzten Kurs kommen wir über die Boss Gegner die dann hier Ja von dem Von dem Tormi Mentor Ah Oh Junge alter Alex hat keine YouTube Videos gesehen Ich hab nichts hier Ich hab nichts angeguckt hierzu Oh shit Ich denk mir halt so, wenn ich eh nicht da bin, dann zieh ich mir mal zwischendurch Videos rein, wenn es passt Äh, ich glaub wenn wir triggern gleich nochmal welche Ja Mal gucken Mal gucken Mal gucken Da würd ich supern wahrscheinlich ne die eine schulter ist schon mal alter wiederum zappelt man spotter wieder tanken ja 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 da hinter uns sind die tante ist da oben in der rade ist da oben ja den ganzen kleinen schütter kommt die zielt auf mich da ist ein knight der stat der post transcendence ja 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 ich weiß da ist er wieder der barriere knight bisschen hervorgekommen vorsicht modder 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 hat sie hat sie sehr schön der barriere knight jetzt holen wir ihn gut den haben wir hinter mir wieder scheiß jetzt okay alex ich muss so kurz überlegen wo ich finde schon drauf hab ok Okay Wieder eine Wave Da ist ein Champion hinten Mitte Was für einer? Ein Punt Stop Den Leid hab ich Denk mal der rennt hier irgendwo als Beserker Ja, da Finishbar Weg, weg, weg Bevor der Boss hier und Spider Ja, okay Void Slice Bleib du mal auf der Seite, Thomas, ich kann Alex gerade perfekt holen, wenn du den Boss ablenkst Aber jetzt haben wir ihn grad wieder Ich geh mal hier auf die andere Seite, dass wir ihn vielleicht immer wieder hin und her juggeln können Im Triangle Ja Ja, man kann ihn ja eigentlich wirklich gut treffen vorne und hinten Ich find's witzig, dass der Wix vor deinem Arsch ist Achtung, müsst ihr hier im Moment wieder neu Ich kann ihn, Thomas Ja, ja, ich hab ihn grad Ja, ich kann Thomas gleich holen Wie ich ihn hier Kassi fühl Ich fühl ihn grad eigentlich relativ gut Kassi, oder? Ja Kommt auch Champs, dass wir den noch für Platinum, oder kann ich auf dem Boss eigentlich quasi auch mit Super jetzt grad mal gehen Ich glaub das waren alle, oder? Ja, jetzt Ja, wir haben den Pass Das Das mal wipen Ich werd gesugt Ne, nicht mehr eigentlich Nice Fast Schreit Gar nicht mal so schlecht dafür, dass er Aber Ja ept Der eine Die sind To At Das Es Man Schnitt Bis